Ich möchte einen Krabbenburger, bitte. Wie du siehst, ist das hier inzwischen ein Hotel. Wenn du einen Krabbenburger willst, musst du ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Okay, ein Krabbenburger und ein Zimmer. Mit Käse. Oh, kann ich auch Käse auf den Krabbenburger haben? Patrick, du wohnst doch hier gleich um die Ecke. Wieso willst du dann in ein Hotel einchecken? Manchmal braucht man auch als Seestern Tapetenwechsel. Wow, der Suppen hier ist wirklich piekfein, hä? Gib das her!